Die FPÖ muss sich derzeit nicht nur damit herumschlagen, dass einzelne Gemeinderäte noch keine klare Haltung gefunden haben, wie sie zu Adolf Hitler stehen sollen, Stichwort Ehrenbürgerschaft. Jetzt gibt es auch einen Nationalratsabgeordneten, der die Partei mit rechtsextremen Zeitgenossen in Zusammenhang bringt. Ein Gericht hat festgestellt, dass der FPÖ-Abgeordnete Werner Königshofer zur rechtsradikalen Homepage Alpendonau-Infokontakt gehabt hat. Ausgangspunkt der skurrilen und etwas komplizierten Geschichte ist ein absichtlich mit einem Code versehener Artikel, der an den FPÖ-Abgeordneten Werner Königshofer geschickt worden sein soll, und zwar von Kriminalisten und Datenforensiker Uwe Seiler. Und genau dieser Artikel sei wenige Tage später auf der Neonazi-Homepage Alpendonau-Info aufgetaucht. Seiler und der Wiener Anwalt Georg Zanger wollten damit beweisen, dass Königshofer mit der Homepage in Verbindung steht, was dieser jedoch stets bestritt und behauptete, Seiler selbst habe das Schreiben an die Neonazi-Homepage geschickt. Der Wahrheitsbeweis dafür ist allerdings nicht im Geringsten gelungen, stellt jetzt das Handelsgericht Wien fest. Königshofer muss also folglich derartige Behauptungen unterlassen. Vom Mandatar selbst und auch von der FPÖ-Spitze gab es dazu heute keine Stellungnahme. SPÖ, BZÖ und Grüne fordern hingegen den Rücktritt Königshofers. SPÖ, BZÖ und Grüne fordern